Nehmen Apokalypse weil der kann den Mischmeister am besten. So was machen wir jetzt da? Wir machen folgendes wir gehen zurück und gehen nach vorne und lassen ruhig die Genugtuung geben fürs ausweichen. Okay? So müssen wir ganz kurz aufpassen weil wir müssen erstmal paar prozente vom ausweichen sammeln bevor wir eine SK2 starten. Das ist ganz wichtig dass ihr das beherzigt und eine SK2 erst startet wenn es soweit ist. Wir müssen mindestens 70 haben weil sonst macht er ein bisschen so. Sonst ist er zu gefährlich einfach. Ihr könnt aber natürlich das auch so machen aber natürlich war das ein Fehler weil da war jetzt mit Stabel mit Gesteinstabel dürft ihr nie angreifen. Das macht man nicht. Das ist total fehlerhaft. Gesteinstabel sind immer negativ. Ihr müsst immer wenn er die weg hat dann ihn angreifen. Aber gut das hat jetzt funktioniert. War kein Bug und nichts. Und hat alright geklappt. Also ihr seht schon das ist ziemlich einfach den Knotenpunkt zu machen. Ist nicht so schwer. Jetzt müssen wir natürlich nach oben weil wir haben unsere Champions so eingestellt dass wir oben müssen. Also wir können jetzt nicht zum Apoglipse weil da ist jemand anders der das machen tut und wir gehen nach links weil wir haben ja die Fackel. Ihr wisst ja wie das ist mit der Fackel. Die Fackel die mag keine mystischen Champions. Die ist allergisch darauf. Und deswegen wenn ihr die Fackel habt dann macht ihr immer die mystischen Champions. Weil die mystischen Champions hassen die Fackel und die Fackel hasst die mystischen Champions. Und aus irgendeinem Grund ist Johnny so willig die Champions zu killen dass es sehr schnell geht die zu killen. Also wenn die menschliche Fackel und wenn ich keine Arme ist glaube ich genau Johnny Storm. Ich glaube ich der Johnny Storm wenn der einen Champion sieht der jetzt so lustig drauf ist und der ist mystisch dann macht er kurz im Prozess mit dem. Das war das erste mal mit. Schauen wir mal ob wir jetzt sonst noch reingehen ob wir in unsere Multiaccounts noch reingehen können. Können wir da in Part 2 jetzt machen. Ja komm mach mal.